Real Madrid empfängt am heutigen Samstag Cudi Levante. Spox zeigt, wie ihr das Spiel im TV, Livestream und Live-Ticker verfolgen könnt. Die Königlichen stehen bereits in dieser jungen Phase der Saison gehörig unter Druck. In den vier letzten Pflichtspielen gelangt der Mannschaft kein Tor, drei der Spiele gingen verloren. Real Madrid gegen UD Levante – Wann und wo findet das Spiel statt? Die Partie zwischen Real Madrid und Levante beginnt am heutigen Samstag um 13 Uhr. Austragungsort ist das Estadio Santiago Bernabéu in Madrid. Real Madrid gegen UD Levante heute live im TV, Livestream, Live-Ticker. Die Partie zwischen Real Madrid und UD Levante gibt es heute nicht im Free-TV zu sehen. DRZN zeigt die Partie live und exklusiv. Der Streaming-Dienst überträgt neben Spielen der Primera Division auch Begegnungen der Champions League, Europa League, Premier League, Serie A und Liga 1. Zudem hat DRZN die Highlights der 1. Bundesliga bereits ab 40 Minuten nach Abpfiff im Programm und überträgt viele weitere Sport-Highlights wie beispielsweise die NBA, NFL oder MLB. Hier geht es zum kostenlosen Probemonat. Wer das Spiel zwischen Real Madrid und UD Levante nicht sehen kann, bleibt beim Spox-Live-Ticker dennoch auf dem Laufenden. Real Madrid gegen UD Levante heute live. Das Team kassierte in diesen Spielen im Durchschnitt drei Gegentore pro Spiel. Real ist seit vier Spielen sieglos. Eine schlechtere Bilanz gab es seit 2009 nicht, als Ruande Ramos gefeuert wurde. In der vergangenen Saison schaffte es Levante, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte, weder das hin noch das Rückspiel gegen Real Madrid zu verlieren. Beide Spiele endeten unentschieden. Real Madrid gegen UD Levante Die letzten Aufeinandertreffen Datum Wettbewerb Heimteam Auswärts Teamergebnis 15. März 2015 Primera Division Rie Levante 2 017 10.2015 Primera Division Rie Levante 3 002 03 2016 Primera Division Levante Real 1 309.09.201 7 Primera Division Real Levante 1 103.02.201 8 Primera Division Levante Real 2 zu 2 Werbung Werbung Material 6 6 7 8 10 9 9 10 10